Ich möchte die letzten Ausstärke für die Aufstellung unserer Mannschafts-Austellung von Werner! Werner! Wir zitieren von der Erschmarkasse. Da haben wir mit der Nummer 1 im Tor Yeezy! Mit der Nummer 3, Anthony! Mit der 4, Niklas! Die 5, Amos! Mit der 6, Jens! Mit der 7, Marvin! Mit der 8, Mitchell! Weiter! Erstmals von Unfallern unsere neue Nummer 9, David! Die 20, Romano! Die 32, Marco! Die 36, Christian! Und das alles unter der Lage unseres Trainers, Ole! Werner! Ole! Werner! Und mit der Nummer 12, das sind wir! Das sind wir! Das sind wir! Das sind wir! Werner Bremen! Ecke schon 9 zu 5! Kann losgehen! Das sind wir! Das sind wir! Das nicht wir! Das sind wir! Naja! Du bist das! Naja! Das ist alle für uns! Und jetzt richtet unser Zwei und unsere Mannschaft für Werder! 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 Wer Halleluja! 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 Glockenzeichen Applaus 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 Tore als Torfjörner Werner. Torschütze der Mann mit der Nummer sieben, Marvel. 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 Neue Spielstand, 1-2. Unser ganzes Himmel, strengen für den Tag. Allee, ganzes Himmel, nur der Herz von mir. Unser ganzes Himmel, strengen für den Tag. Allee, ganzes Himmel, nur der Herz von mir. Allee, ganzes Himmel, strengen für den Tag.